Dänischer Lehrmeister, viele Young Kings und Insider-Infos für drei Prime-Staffeln. Ich bin Kessem, euer Liga-Insider und heute checken wir mal, wie viel Hype noch in Mainz 05 steckt. Let's start go! Und damit fliegen wir rein in den Rückblick mit Mainz 05 und am Ende, nach einem heißen Saison-Endspurt, stand Platz 13. Kurzer Recap zur Saison. Der Svensson-Spielstil war irgendwann festgefahren, mehr dazu auch im Team-Check Union Berlin, klick da mal rein. Bo übergab an Jan Sievert, fünf Tore in elf Spielen, guten Start gehabt, 2-0 gegen Leipzig, danach ging nicht mehr viel. Und dann kam Bo Henriksen und der setzte auf Teamwork. Das war die Basis für sein Ultra-Pressing-Modell. Und wir fragen uns heute, wie lang hält diese Euphorie und was passiert bei Rückschlägen? Erstmal ein fetter Shoutout an unseren Mann. Das ist natürlich XD12 im Wide-Receiver-Modus, dem Pass wieder schön zugeworfen. Und der trat an mich mit einer Stats-Flut und ich hab mir mal vier Kirschen rausgepackt. Die einen schmecken gut und ein paar sind auch dabei mit Kern, die nicht so geil schmecken. Wir fangen an mit einer leckeren Kirsche, übergeordneter Wert. Mainz ist die Nummer 5 in der Henriksen-Tabelle. Das ist erstmal ganz spannend. 13 Spiele, 23 Punkte. Also the hype was real. Ich hab mal gehört, Mainz ist gut im Pressing und ich hab hier gerade auch nochmal Svenno dazu. Dass Mainz hier richtig gut zugreifen kann. Wir sind im PPDA, in den Top 3 der Liga. Ja. Geil, danke Svenno. Loggen wir mal ein, hier den ersten Wert. Das ist die 12 bei PPDA, Pass per Defensive Action. Also der Gegner konnte im Schnitt 12 Pässe spielen, ehe er im Aufbauspiel, Passspiel von den Mainzern gestört wurde. Das ist ein richtig, richtig starker Wert. Da sind sie Platz 3 der Liga. Das ist richtig gut. Und generell wurde da auch die Effizienz erhöht. Das hatte mir XD12 auch noch angebracht. Ist von 8,75% auf 12,38% angestiegen. Also da können wir auch schon die Handschrift von Hendricksen, gerade in diesem taktischen Einfluss, auf jeden Fall schon mal nachvollziehen. Und da das Angriffspressing so gut lief, kam man auch zu mehr Abschlüssen. Nach Angriffspressing, hab ich euch auch mitgebracht. Das ist eine Spezial-NASA-Stat. 479 Balleroberung im mittleren Drittel. Ist der zweitbeste Wert. Das ist nochmal, das untermauert nochmal dieses starke Pressing. Dann hab ich den nächsten Stat für euch. Denn das, dieses Spiel ist sehr intensiv. Eine hohe Intensität. Das, man steht hoch. Und was passiert dann? Das hatten wir auch schon. Man läuft in Konter. 31 zugelassene Abschlüsse nach Kontern. Und Hendricksen will selbst, dass die IVs hoch anrennen. Und wenn da ein cleverer Gegner kommt und sich das genau anschaut, dann, und die Mainzer da schnell überspielt, findet der auch da schnell ein Mittel. Aber, das will ich ja auch noch anbringen, unter Hendricksen ist das schon eine positive Tendenz zu erkennen. Das Bayern-Spiel mal ausgeklammert. Dann haben wir die Standardstärke. 5,4 Abschlüsse pro 90 Minuten. Da ist man Platz 2 hinter Bochum. Standards mit der Verpflichtung von Amiri haben einen ganz anderen Weit bekommen. Mainz geht nämlich auf den dritten Platz beim Kreieren von Großchancen nach Standards. Das ist ein bewusstes Mittel von Hendricksen. Das lässt er nämlich trainieren und Amiri ist da. Der Mann, den notieren wir uns direkt mal hier auch als Kick-Base-Pick. Der Schulter geht es auch schon wieder gut nach unserer Meldung von gestern Abend. Und damit zum letzten Stat, den ich ja mitgebracht habe. Das ist nämlich die Anfälligkeit nach Halbflanken. Was hier ganz merkwürdig ist, die Flanken kriegen sie gut verteidigt. Aber die Halbfeldflanken, da haben sie noch ein bisschen Nachholbedarf. Gerade auch die Abstimmung von Zentner mit der IV, das sah manchmal etwas unbeholfen aus. 49 angekommene gefährliche Halbfeldflanken und jede dritte ist dann zu einer Großchance geworden. Und das ist ein zu hoher Wert. Genau, Platz 12 ist man da ligaweit. Und bei den Großchancen ist man das drittschwächste Team. Also das ist auf jeden Fall ein Stat, ein Netz, was man hier nochmal installieren sollte, um sich da besser gegen die Halbfeldflanke zu wehren. Und für dieses neue Netz gibt es natürlich auch neue Spieler. Und die gucken wir uns wo an? In Teil 2 Kaderanalyse. Und dann groove ich mich mal rein in die Top-Transfers. Wer ist neu bei Mainz 05? Und wir starten mit Kaishu Sano. Um die Personalie war ja sehr viel los. Anschuldigungen dann U-Haft in Japan. Und jetzt wurde er entlassen und kehrt heute zum Trainingslager in Österreich dazu. Christian Heidel ist auf jeden Fall sehr happy darüber. Und das ist zu entnehmen aus dem gestrigen Artikel in der Allgemeinen Zeitung. Er soll der Barrero-Ersatz werden. Er ist ein unermüdlicher Arbeiter. Einer der besten Mittelfeldspieler aus der J-League, was Tackles, Interceptions und allgemeine defensive Aktion angeht. Und er verfügt über eine sehr, sehr gute Passquote. Dort auch über 90 Prozent. Kann Räume schaffen für den Gegner über seine Progressivität und seine Schnelligkeit. Das ist auch sehr gut. Und er hat einen guten Schuss. Das macht ihn auch stark. Einen guten XG-Shot-Wert. Deswegen ist er ein perfekter Ersatz für Barrero. Vielleicht sogar ein Upgrade laut unserer Informationen. Bringt ein vielleicht noch stärkeres spielerisches Element mit. Hat aber auch, müssen wir auch anbringen, natürlich jetzt den Trainingsrückstand. Und deswegen wird er jetzt langsam ans Team herangeführt. Der nächste Mann, das ist Paul Nebel. Und er ist kein richtiger Neuzugang. Er kommt jetzt nach zwei Jahren Laie vom KSC zurück und hat sich dort enorm entwickelt. Er ist sehr flexibel, kann auf beiden Halbpositionen spielen. Er kann aber auch als Zehner agieren, als Sechser und als Achter. Also komplett polyvalent. Das bringt er hier alles mit. Mit einem Blick auf seine Werte ist er ein sehr kreativer Spieler. Wir haben die erfolgreichen Dribblings. Das sind über 57 Prozent. Das ist ein super Wert. Dann hat er die zweitmeisten Torschussvorlagen der letzten Zweitligasaison. Knapp zwei im Schnitt. Das ist auch ein enorm guter Wert. Und 5,46 progressive Pässe angebracht. 0,25 Expected Assists sogar auch noch pro Spiel. Auch das ist ein Elite-Wert der zweiten Liga. Und wenn das noch nicht genug ist, der Typ hat auch noch über sechs Defensivaktionen pro Spiel mitgebracht. Gehörte da ebenfalls zu den Top 5 Prozent der zweiten Liga. Also der hat ein komplettes Allrounder-Profil. Passt dann auch noch enorm gut in dieses Pressing-Profil. Das ist ja auch ein Spielsystem von Henriksen. Dann haben wir Armindo Sieb, Laie von Bayern. Nachdem er da jetzt auch zwei Jahre in Fürth gespielt hat. Und er ist schnell. Er ist flexibel. Mit gutem Abschluss verfügt er. Er hat jetzt zwölf Tore geschossen in 33 Spielen. Und gerade bei progressiven Carries und Touches im innergegnerischen Box, da ist er sehr variabel, sehr einfach anzuspielen. Kann beide Halbpositionen bespielen. Wobei ein Einsatz als zweiterhängende Spitze wäre auch tatsächlich denkbar. Wir haben ihn gestern in unsere Top 11 gejagt als Ersatz, als Backup für Jason Lee. Der macht nämlich aktuell in der Vorbereitung einen richtig, richtig guten Eindruck. Und wir können uns da auch vorstellen, dass er im Laufe der Saison eine Chance in der Startelf erhält. Und dann geht noch ein kleiner Podcast-Gruß raus. Denn ich mache jetzt hier noch einen für die Tonspur. Podcasts sind wir, es liegen in Sala Daily, die Platz 22 in den Top Sports Podcasts. Also da liebe Grüße an unsere Hörer. Und ich bringe jetzt nämlich auf der Tonspur Nikolas Verratschnik. Das ist ein junger, schneller, flexibler, einsetzbarer Spieler. Und der kann beide Schienen bespielen. Hat da einen Offensivdrang und gilt als, oder galt als, einer der besten Wingbacks aus der österreichischen Liga. Ist jetzt neu dabei. Tackles Interceptions, das steht bei ihm auf der Profilkarte. Aber Flankengenauigkeit, das ist noch eine Schwäche von ihm. Deswegen ist er aktuell auch erstmal auf der Vier in der internen Schienenposition. Wir haben die Abgänge. Burg Zorc vorneweg, der brachte auf jeden Fall viel Geld. Knapp drei Millionen, den haben wir jetzt aber hier nicht drin, weil der auch keine Relevanz hatte im Mainzer Spiel in den letzten Jahren. Wir haben deswegen Ludovic Ajorg verliehen. Der ist nach Start Brest gegangen mit einer Kaufoption versehen. Vier Millionen, wenn Start Brest diese zieht. Und man will sich endgültig von diesem, ja, einem Zielspieler und diesen langen Bällen lösen. Das hat auch spielsystematische Gründe, dass man den ziehen lässt. Wir haben Leandro Barrero, der ist natürlich auch gegangen. Der ist den Mainzer Weg durchlaufen. Ablösefrei in Richtung Lissabon. Mainz verliert hier einen Kämpfer, einen Dauerläufer, einen echten Charakter, der sich quasi in alles reingeworfen hat in Mainz. Dann auch noch als Scorer in Erscheinung getreten. Ist enorm wichtig einfach gewesen fürs Mainzer Spiel und auch die Pressing-Aktion im mittleren Drittel. Da war er Platz 10 ligaweit, auch in den Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte. Ein sehr, sehr, sehr starker Spieler und sehr, sehr starke Werte da. Und dann Sepp Vandenberg, der kehrt nach seiner Laie erstmal nach Liverpool zurück. Und aufgrund seiner starken Saison ist Liverpool auch interessierter, noch mehr Kohle rauszukitzeln von den Mainzern. Ablösesumme beträgt mittlerweile 23 Millionen. Das ist viel zu viel für alle Mainzer und deswegen versuchen die Mainzer nochmal über eine Leihfunktion, den nochmal für ein Jahr oder zwei zu bekommen. Der Spieler selber würde auch gerne nach Mainz zurückkehren. Aktuell ist der Stand da positiv, also sieht besser aus, laut unseren Informationen. Also er könnte kommen, ist aber wie gesagt auch noch ganz offene Baustelle. Im Testspiel probiert man es gerade anders und zwar mit Harnche Ohlsen, Mitte als Rechtsfuß und Leitsch dann auf links, linker IV. Das sind gerade die Optionen da, aber beide sind halt auch sehr verletzungsanfällig. Bell ist zu alt und deswegen schaut man nochmal nach einem großgewachsenen Kopfballspieler, der für die IV kommen soll. Im besten Fall ist es Vandenberg, aber das auch noch nicht sicher. Ein weiterer Sechser ist auch geplant, denn Barriero ist gegangen, haben wir genannt, aber auch Papela lockt es zu Darmstadt. Und hier wäre auch noch möglich, dass ein weiterer Sechser die Kaderbreite noch beflügelt. Und dann gibt es natürlich immer noch Gerüchte um Brian Gruder. Das ist natürlich das Mainzer Juwel. Und ja, die Mainzer sagen, man lässt ihn bei einem unmoralischen Angebot ziehen. Aktuell ist das nicht der Fall. Also hier sind eigentlich die Zeichen auf, Brian Gruder bleibt. Und ja, mir wurde heute wieder, heute Morgen der Schlüssel, den habe ich mir abgeholt, für den Talentschuppen. Und den schließe ich mal auf. Welcher junger Spieler kann denn hier die Saison überraschen? Müssen da auch nochmal natürlich Pau Nebel und Amindo Sieb nennen, die 21 sind. Und Brian Gruder ist 20, also der Talentschuppen in Mainz, der blüht gerade richtig auf. Und dann gibt es auch noch ein paar Deep-Picks. Und das ist einmal Maxim Dahl. Das ist ein U17-Welt- und Europameister, deutscher U19-Meister mit Mainz und Teil der legendären Youth-League-Saison. Er gilt als eines der größten Mainzer Talente der letzten Jahre. Seine Stärken hat er gegen den Ball und zwar gewonnene Defensivduelle, generell defensive Zweikampfaktion, das ist sein Terrain. Aber auch die Kopfball-Duelle, auch da ist er stark in der Luft. Dann hat er aber auch noch viele Qualitäten mit dem Ball. Das ist auch sehr schön. Progressive Carries haben wir da, lange Bälle und auch die Geschwindigkeit mit dem Ball. Und da das ja aktuell noch eine offene Stelle ist mit dem Innenverteidiger, könnte auch er früher oder später, wir vermuten eher später, auch mal zum Zuge kommen. Und dann haben wir das ewige Talent, Nelson Weiper. Der Boy ist 19 und den muss man hier natürlich nennen. Der hat bisher aber noch nicht die Entwicklung genommen, wie sich das die alle Mainzer eigentlich hoffen. Wir haben jetzt den Abgang von Ajorg und vielleicht knipst der die Tür auf für den jungen Nelson. Und er wird hoffentlich dazu auch dann mehr Spielzeit sehen, hat ein super großes Potenzial und eigentlich wartet man hier auch nur auf den Breakout. Es ist der sogenannte Mainzer Weg. Junge Spieler ausbilden, zum Profi machen und dann teuer verkaufen. Nicht umsonst hat Mainz eines der besten NLZs in Deutschland. Sie haben die starke Youth League Season gespielt und die A-Jugendmeisterschaft 2022-23 geholt. Also viele der Spieler, auch aus der Mannschaft, sind jetzt gerade im U23-Kader und können langfristig auch in den Profibereich wechseln. Das ist richtig schön zu sehen. Und damit wechseln wir auch weiter und zwar mal mit Teil 3, Trainer und Vorbereitung. Und damit kommen wir zu Bo Henriksen. Er steht für Motivation, Glauben und Attacking Football, wie er selber sagt. Power, Vertikalität, direktes Spiel nach vorne. Hinten steht die stabile Defense und die soll auch schon hoch anlaufen und den Gegner früh stören. Das ist eine Komponente aus seinem Spiel. Menschliche Beziehung, auf die setzt er auch gute Kommunikation auf. Und neben dem Platz ist ihm ebenfalls wichtig. Das ist ein gutes Rezept für Bo und seinen Zusammenhalt mit den Spielern. Gespielt wird im 3-4-2-1. Die Schienenspieler machen das Spiel sehr breit und der Stratege, das ist Nadiem Amiri, er lenkt das Spiel. Und das ist vor allen Dingen über rechts sehr oft passiert. Gerade da über Gruda und Kassi. Kassi überläuft, macht dadurch die Räume frei, in die Gruda dann reingehen kann. Und der ist dann offen quasi mit dem Ball, kann dann inwärts als Flügelspieler reinziehen, kann einen Vorlagenpass spielen oder kann auch selber den Abschluss suchen. Da ist aber auch noch die Möglichkeit, dass Kassi den Ball wieder bekommt. Kassi ist dann für die Flanke auf jeden Fall angesehen. Und die Flanke kommt eher flach, weil dann doch Johnny Burkhardt nicht über die Körpergröße eines super Kopfballspielers verfügt. Flache Flanken sind ein gutes ausgemachtes Rezept, gerne auch in den Rückraum. Das hat auch gut funktioniert, gerade auch wenn man sich das Spiel gegen Dortmund nochmal anschaut aus der Rückrunde. Gegen den Ball ist man engmaschig. 5-4-1, ganz eng, keine Räume für den Gegner ist das Stichwort. Und hat da auch eine Art Fangnetz, gerade im Mittelfeld schon arrangiert, in das dann halt der Ball möglichst fliegen soll. Genau, den Gegner möglichst schnell pressen und dann den Ballgewinn einfordern. Kurzer Testspielcheck gibt es auch noch von mir. Was sind hier die Learnings? Die Alternative zum 3-4-2-1, die haben sie probiert im Test gegen Preuß Münster. Da sind sie mal auf dem 3-5-2 ausgewichen. Im Prinzip war dabei eigentlich aber alles gleich. Lee und Nebel auf der linken Halbposition haben sich da abgewechselt. Ein bisschen tiefer auch ins Mittelfeld mal fallen lassen, während Sieb dann aber vorne in die zweite Sturmspitze neben Burkhardt mal gestochen ist. Nebel und Sieb bisher machen super Eindruck, sind für mich auch die Gewinner der Vorbereitung. Sieb haben wir hier auch mal mit einem Bild abgedeckt. Und Verlierer ist aktuell Marco Richter. Der war nicht mal im Testspielkader im letzten Spiel. Ja, ich fasse es nochmal so zusammen. Also Vandenberg ist natürlich ein Riesenabgang auf IV, muss man natürlich nachlegen. Dann hast du Barrero, der ist jetzt nach Portugal gewechselt. Auch hier kann aber immerhin Sano in seine Rolle schlüpfen, die vielleicht sogar upgraden. Und mit Sieb und Nebel hast du zwei richtig, richtig geile Perspektivspieler geholt. Und Nebel habe ich richtig, richtig fett auf dem Zettel. Und was ich noch auf dem Zettel habe, das ist die Top 11. Teil 4, Top 11. Wir starten rein mit der Top 11. Und die spielt sich im 3-4-2-1, so wie wir das gerade auch gehört haben. Und wir fangen hinten an mit Zentner. Der ist natürlich gesetzt. Der hat auch schon für einige Mainzer Diskussionen geführt. Gerade in der Abstimmung hatten wir im Rückblick auch bei den Halbfeldflanken. Das muss ich noch ein bisschen verbessern. Für die Dreierkette wird noch jemand gesucht. Gerade der IV-Spot ist offen. Deswegen haben wir in der Top 11 erwarten wir da gerade auch einen Neuzugang. Ich lasse deswegen hier mal das Fragezeichen offen. Wir haben den rechts IV, das ist Chor. Mitte, wie gesagt, kommt noch. Und links IV ist Harnche Olsen. Im Test spielen sie es gerade so mit Harnche Olsen in der Mitte und dann Leitsch auf links. Leitsch und Harnche Olsen aber, haben wir auch schon gesagt, beide verletzungsanfällig. Deswegen erwarten wir einen großgewachsenen, kopfballstarken Zweikämpfer in der IV. Dann haben wir Kassi über rechts. Der sollte derzeit ebenfalls gesetzt sein und ist wegen seiner progressiven Pässe fast 10 im Schnitt. Und seiner Flankengenauigkeit, auch knapp 41 Prozent, ist er ein absoluter super Flankenspieler. Und ja, ist auch in den Defensivduellen meiner Meinung nach underrated. Zwischen Wehne und Wittmar gibt es aktuell einen Zweikampf. Da sehen wir die Position 50-50. Und Verradschnik ist aktuell der Mann Nummer 4. Wir haben zum aktuellen Zeitpunkt da Wehne vorne über links, deswegen Kassi über rechts. Sollte Wittmar spielen, geht Wittmar nach rechts und Kassi würde dann auf links rücken. Das ziehe ich euch hier auch einmal so in die Elf rein. Wehne würde dann rausrücken, wie gesagt. Und ja, Amiri ist gesetzt. Das ist die Position neben ihm, die ist noch offen. Offen, Sano sehen wir da auf jeden Fall langfristig als safen Spieler. Aktuell ist er vielleicht so bei 70 Prozent, Kraus 30 Prozent. Deswegen sehen wir Kraus gegebenenfalls zum Saisonstart als Startspieler. Also vielleicht da kannte man spekulieren. Aber Sano soll mittelfristig bis langfristig die Nummer 1 Option sein. Nicht umsonst holt man ihn für 2,5 Millionen aus der J-League. Deswegen ist Kraus der Herausforderer und setzt sich vermutlich nach einigen Spieltagen am Anfang dann auf die Bank. Gruder ist, wenn er bleibt, gesetzt. Auf jeden Fall Leeszeit könnte früher oder später ablaufen. Für mich ist hier Paul Nebel the man to watch. Er ist auf jeden Fall der heißeste Mann und er passt auch perfekt ins System. Wir haben seine flexible Spielweise genannt. Von daher kann er da ganz viel abdecken. Sieb wäre hier auch denkbar. Deswegen hat er auch nochmal den Platz in unsere Top 11 geschafft. Ist da schon mal zumindest als Auswechselspieler für Lee. Auf der Halbposition haben wir ihn jetzt drin im System. Und ja, Paul Nebel sollte aber zum jetzigen Zeitpunkt hier die Nase vorne haben. In der Spitze ist er natürlich gesetzt. Johnny Burkhardt ist auch der Elfmeterschütze. Und ja, wir können es nochmal so notieren. Gruder auf jeden Fall über Lee. Dann kommt Nebel und dann kommt Sieb. Sieb-Doppelsturm mit Sieb könnte man auch spielen. Aber wir gehen erstmal von dem 3-4-2-1 aus. Wovon wir ebenfalls ausgehen ist, dass Nadiem Amiri die Standards weiterhin nimmt. Die sind wieder relevant geworden durch ihn. Er ist Freischuss- und Eckenschütze Nummer 1. Nach ihm kommen dann Kassi, Gruder und Nebel. Die können ebenfalls auch gute Standards treten. Und vorne ist Johnny-Time. Johnny Burkhardt und Amiri hatte ja einen verschossen. Deswegen könnte er eventuell da auch nochmal der zweite Mann sein. Johnny Burkhardt ist da aber erstmal safe vom Spot. Teil 5. Auftaktprogramm. Wir sind im Auftaktprogramm und das machen wir ganz schnell. Das erste Spiel Union zu Hause. Das ist vielleicht die Geschichte des Spieltags. Bo trifft auf Bo. Da rechne ich aber mit Mainzer Sieg. Drei Punkte. Stuttgart auswärts. Null Punkte. Bremen zu Hause. Sag ich auch. Ein Dreier ist drin. FCA auswärts. Ein Punkt. Und dann Heidenheim. Nächster Dreier. Und dann bist du mit zehn Punkten. Hast du schon Tuchfüllung nach Europa. Und wir haben jetzt Tuchfüllung mit Teil 6. Fazit und Prognose. Ja und da gibt es ganz viele Sachen, die hier Mut machen. Für alle Mainzer Fans. Die können da jubeln schon. Die können da euphorisiert reingehen in die Saison. Euphorie aus dem Saisonendsport. Das ist mein erster Mutmacher. Sie sind halt einfach eine Einheit auf dem Platz. Da haben wir die Topspieler Amiri und Gruda. Die zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall im Team sind. Darum sind sie auch ein eingespieltes Team. Und mannschaftsdienlich wird hier gespielt. Auch über Verfügung. Auch über hohen Fußball-IQ. Gerade wenn wir uns Burkhard und Lee anschauen. Dann haben wir eine klare Handschrift des Trainers. Wir hatten den Attacking Football in der Trainer-Sektion. Und der Attacking Football ist gleichzeitig aber keine Problemzone werden. Du bist natürlich anfällig bei Kontern. Wenn du hochstehst, hochverteidigst, dann hast du hinten mal Schlupflöcher. Und da kann so ein guter Igel, kann da mal gute Löcher finden. Es fehlt immer noch der Abwehrchef. Vandenberg war geliehen. Vandenberg kehrt zurück. Vandenberg kann nochmal geliehen werden. Hier muss auf jeden Fall gehandelt werden. Ein IV für die Verteidigung. Der muss da schon kommen. Und dann haben wir noch den Downer. Eventuell, ja, Sahnroh. Der kommt jetzt erst zum Team dazu. Hat natürlich Trainingsrückstand. Sollte sich da aber schnell integrieren. Und dann auch hoffentlich die Spur ins Mainzer Team finden. Und damit finde ich jetzt erstmal die Spur ins Club Rating. Top 11 habe ich drei Sterne. Hier fehlt mir noch der Abwehrchef. Der wird aber kommen, da bin ich ganz sicher. Trainer habe ich vier Sterne. Passt super. Man muss sehen, wie er umgeht. Aber auch jetzt mit Rückschlägen. Ich finde ihn aber ganz, ganz klasse. Und er macht mir sehr viel Spaß. Auch gerade seine Spielweise. Attacking Football. I love it. Kader habe ich drei Sterne. Nebel und Sieb finde ich super. Als Perspektivspieler coole neue Neuzugänge. Selbst ein Verratschnick war ein Superspieler in Österreich. Da haben sie sogar eine vierte Option auf der Schiene. Das finde ich auch sehr spannend. Und der Verein Mainz stand im Keller. Hat sich befreit. Die werden richtig befreit. Und mit richtig Power durch die neue Saison gehen. Deswegen gebe ich hier auch vier Punkte. Und Mainz geht auf Platz sieben. Mein Gamechanger. Das ist Nadiem Amiri. Er ist seit gestern auch wieder im Teamtraining. Alle Amiri-Besitzer atmen durch. Also er ist für mich der Scoring-Mann. Er schießt auf jeden Fall ganz viel aufs Tor. Das macht ihn auf jeden Fall zu einem super Scoring-Spieler. Er wird auch viele schusserzeugende Momente kreieren. Er ist ein Rohpunkte-Messias. Guckt euch mal da auch die grüne Balken an aus der letzten Saison. Macht seine Spieler einfach besser, seine Mitspieler. Und ist einfach auch ein Balleroberer. Einer der Besten der Liga. Und dann Team-Standing. Ich finde, dass der auf jeden Fall schon auch ein hohes Ansehen genießt. Und gerade jetzt auch, weil wir viele neue Spieler im Team haben, könnte ich mir vorstellen, dass da viele auch zu ihm aufsehen. Er die auch an die Hand nimmt und den auch immer noch mal so ein, zwei Takte noch mal nebenbei erzählt. Deswegen auch da Führungsspieler Nadiem Amiri, der die strategische Führungsrolle im Mainzer Teamgefüge angenommen hat. Ja, vielleicht das Überraschungsteam könnte es werden von Platz 13 auf Platz 7. Aber wer sich auch den Saisonendsport auf jeden Fall angeschaut hat, es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass gerade die Erfolgsrecipe von Bo Hendriksen gerade sehr, sehr gut passt. Wir haben in den Shownotes nochmal unsere Manager-Picks. Die sollten auch gut passen. Checkt die mal ab. Auch wieder jemand aus der Liga-Insider-Crew dabei. Und dann haben wir natürlich noch die anderen Videos. Ich verweise wie immer sehr gerne auf FC Santa Pauli. Die habe ich gestern gebracht. Und für alle Bremen-Fans, Bremen hatten wir hier im Teamcheck. Und jetzt sage ich erstmal, schönen Tag euch und Tschüss!